19 Stück 20 Dann noch 15 22 23 24 Wenn die da einfach stehen bleiben, hast du so gut wie keine Chance Immer noch 24 Bleib mal hinter mir Hab Nasenbein nach hinten auf So Ich will nicht in den geschätzt Irgendwie Äh Ich brauche euch eigentlich Oh Daumer Hoho Bedankt Verfolgung jetzt auf Alarmstufe 5 Wiederhole Alarmstufe 5 Das heißt I brechen ab Hm Hm Ich brauche alle verfügbare Aufräumen Ich schicke die Probe auf Ah Ich tue was ich kann Einheiten sind auf dem Weg Kontorzeug fertig die Straßensperre Ein weiteres Weitwerk zerstört 27 Wir drehen bei und blockieren ihn Dreh noch schon bei Jetzt schüttel ich auch noch den ab Jetzt schüttel ich auch noch den ab Oh Oh Weiß ich nicht Da haben wir Warnter Streife Die sich aber nicht schubsen lassen will Da bin ich ja nicht raus Ah hier 28 Kontakte Zentrale wir brauchen ein Opfer tragen Der das Chaos gewickräumt Bevor der Verkehrsdichter wird Der Dächtige ist gerade noch freigerast Gehen auf Code 3 Los Unser Vogel ist stark beschädigt Ähm äh mehrere Systeme sind ausgefallen Fliegen zurück zur Basis Kann ich die über den Das ist ja Das wäre ja echt krass Wenn ich Über die Äh Über die Brücke immer wieder entkommen könnte 29 Ich muss gerade mal gucken ob das da gesperrt ist Nö Sag ich nach einer Sperrung aus Was ziemlich merkwürdiges Muss ich ja dann gleich mal ausprobieren Wenn ich dann nicht gerade bei einer Stufe von Verfolgung bin Oh Das sollte eigentlich nicht so ausgehen Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Nein Verdammte Harpe Puh Ja Leider wurde daraus jetzt nichts Jetzt fahren wir noch das letzte Rundenrennen bei der Nummer 5 Und dann Gucken wir mal bei 4, 3 und 2 vorbei Weil bei 1 haben wir ja schon alles Bei 2 glaube ich auch Ich weiß nicht genau Naja Geil so Der grüne Wagen sieht lustig aus Ich frage mich was das für einer ist Sieht fast aus wie der Punto Vom Anfang Ich war nur ein bisschen aufgemürbelt Mit Farbe und Karussellfilter Spoiler Gut Jetzt 2 Runden Heißt wohl die Runden sind ein bisschen länger Ja Hohoho Achtung Küstenbezirk Ihr bekommt gleich die Die Polizei Eine Backe Fahrzeuge wurden so eben gesichtet In Richtung Süden In der Nähe des Omega Kraftwerks Ich brauche eine freie Einheit Die bitte dorthin fährt Oh Oh Mums war nicht mein Bevorzugter Weg Aber Können wir auffahren Und Von Von da her Ja Der Rinderkontakt Ist doch schonmal gut Auf jeden Fall besser als Vollkontakt Hohoho Hm Nein Erlass dich aus dem Stab Grob Eifersorgung Ich muss mal mit dem Stab Ich weiß Wagen schreit Achtung Alle Einheiten Wir sind auf Alarmstufe 3 Wiederhole Stufe 3 Wow Direkt abbiegen Die wird ja auch nicht mehr los Ich kill die jetzt bei einer anderen Schauen wir mal Hm Einen habe ich anscheinend gerade nur Stopper gekillt Auf mich hätte ich den anderen jetzt wieder aufgestellt Das werden natürlich jetzt praktisch irgendwie auch wieder Ähm Ein paar von denen loswerden Hm Leider nicht Dann ist der eine Okay Dann Mal sehen wir doch mal Dass wir vielleicht was machen können Wow Das war jetzt nicht meine Schuld Okay Ich habe wahrscheinlich 4 Cops am hinteren hängen Die ich jetzt wahrscheinlich auch abgehängt Fast abgehängt hätte Okay Okay jetzt sind es nur noch 3 Und mit dem wieder 4 Naja Was solls Was solls Was solls Was solls Hm Die Kurve war mal nicht schlecht Ja Wieder schlecht Gar nicht so schlecht Dass ich nach außen weg geflogen bin Der kann sich nicht entscheiden Das kenne ich ja auch schon Von mir Achso Mir ist so ein bisschen Der muss mal herrüber Okay Wo gehen wir es doch dann grad wieder mit der Verfolgung Ah Ein Verfolgungsstopper Verdammt Hm Okay verstanden Delta 22 Moment Frage im Bezirk die Einheiten ab Huh Schön gewalt Das war nicht empfehlenswert aber Ja Mal machen Mal machen Ne Oh sie waren auch mehr da Doch wir kommen auf Haftler Das ist So Wir sind getroffen Er hat uns getroffen Ja hab ich dich getroffen Du meinst dich getroffen Ja War noch Dann Hm Okay Er ist wahrscheinlich dem Lkw hinten drauf gefahren Nein Wir müssen ihn weiter unter Druck setzen Dann können wir ihn stoppen Hm Glaubt ihr also Ja Er hört mich an Versuche 10.50 Glück gehabt Berliner Kurve fahren Und ich geradeaus Hab ich den Vorteil Sollte ich mir merken Ja Bin ich Nicht ganz Aber dank euch Bin es Nicht ganz so cool Wir bilden eine heulende Straßensperre 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 Wie ist man sich denn versetzen? Wieso fällt mir so weit quer? Ich glaub nicht der Chef Ich glaub nicht der Chef Hm Naja Jetzt hab ich wohl alles abgehängt Bis auf den Haley Komischerweise Ich hab wieder Ich hab wieder Ich hab wieder Wir bilden eine heulende Ich hab wieder